Wo sonst Karneval gefeiert wird, werden jetzt Spritzen gesetzt. Das Sambodromo in Rio de Janeiro ist in eine Covid-19-Impfstelle umgewandelt worden, aber eine, in der die Menschen im Auto vorfahren. Normalerweise ist das ein Ort des Vergnügens, auch heute, denn wir gehen einer Art Bürgerpflicht nach und öffnen das Sambodromo, damit die Menschen hier in geordneter Art und Weise und ohne Getümmel geimpft werden können. Menschen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, wie die über 90-Jährigen, können im Auto geimpft werden. Den Zahlen der Johns Hopkins University zufolge hat Brasilien die weltweit drittmeisten Coronavirus-Ansteckungs- und die zweitmeisten Todesfälle zu verzeichnen. In dem Land sind bisher mehr als 230.000 Menschen an der Atemwegserkrankung gestorben. Dasselbe